Krass, Werkzeug von Michael. Ob das wohl gut ist? Hmm, ob das wohl gut ist, schrobte einer von euch mir, allerdings mit einem etwas anderen Wortlaut, mehr so wie Pff, das ist bestimmt Schrott. Weil ich das wissen möchte, habe ich Michael geschrieben, Michael, bitte schicke mir dein Werkzeug. Ah, da ist es, denn wir wollen einmal anschauen, was kann Michaels eigenes Werkzeug? Zuallererst mal, ich finde es krass, dass er das hat. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir jetzt mal reingucken, denn wir wollen natürlich wissen, ist das gut? Wie man einen Winkel grundsätzlich testet, hatten wir uns in diesem Video schon mal angeguckt. Wir haben aber nicht nur einen Winkel, sondern auch einen Speedmarker. Was mag das sein? Wir gucken erst mal in die Kisten rein und dann checken wir, ob das was kann oder nicht. Ups. Ups. Zuallererst mal habe ich leider einen der Kartons ein bisschen zerschnitten. Oh, ich habe beide Kartons zerschnitten, macht aber nichts, denn es geht eigentlich nur darum zu sagen, das Ganze ist gut gepackt, äh, verpackt und gepolstert. Das ist ja wichtig, hatten wir schon mal gesagt. Wenn ich ein Werkzeug, was in irgendeiner Art und Weise präzise ist und bleiben soll, gut verschicken will, dann muss es natürlich gut gepolstert sein, denn wenn ich den jetzt hier auf die Tischkante smashe, ist er wahrscheinlich nicht mehr präzise. Eine Feststellung, die mir direkt in den Kopf kommt. Hm, sehr ähnlich. Aber, äh, jetzt muss man natürlich hier dazu sagen, das ist natürlich die Farbe von Let's Bastels Logo und, äh, rot eloxiert, ja, sieht halt nun mal so aus. Ich nehme mal an, dass es eloxiert ist. Ich glaube, das stand auf der Website. Wir wollen nicht über das Rot meckern, denn wie gesagt, es ist nun mal seine Farbe. Wenn ich einen machen würde, wäre er wahrscheinlich grün. Wir wollen gucken, ist, also zu allerersten Mal ist das Handling ziemlich nice, ähm, ist er präzise und dann gucken wir uns den Rest an und auch das Details. Aber wir wollen nicht Details angucken, wir wollen gucken, passt der Winkel, passt der Speedmarker. Eins, zwei, drei, los. Wir starten mit dem einfachen Umschlag-Test, was hier sehr einfach ist, weil wir auch hier diese, ja, Aufdopplung haben, dass wir also den Winkel sehr gut hier einfach ablegen können, ohne dass wir ihn festhalten müssen. So, dann einmal gezeichnet, Winkel gedreht und ja, das passt. Das passt ziemlich perfekt. Das ist schon mal schön. Was wir auch noch machen können, ist, dass wir hier die Innenseite anzeichnen und dann auch nochmal umschlagen und gucken, ob die Innenseite passt. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Habe ich falsch rum gemacht. Aber auch die passt hervorragend. Wir machen es also nochmal so, dass ihr das auch seht. Das ist top. Das hat mein Woodpecker-Winkel nicht. Wir haben hier auch so eine 45-Grad-Markierung. Die Fläche ist natürlich recht gering. Also ich weiß jetzt nicht, mal gucken, wie gut sich das so anlegen lässt. Das geht schon. Was schön ist, die Ecke hier ist genau da, wo es ausläuft. Um das jetzt zu kontrollieren, nehmen wir ein anderes Werkzeug, was in dem Fall 45 Grad hat. Das können wir auch so machen, dass ihr das seht. Falls ihr denn die Linie seht. Alter, selbst das passt. Das ist crazy. Können wir nochmal in die andere Richtung gucken. Ich habe da ja eine kleine Macke. Schade. Das ist schade. Aber so ist das im Leben. So. Für die, das ist krass. Also die Kante ist sehr, sehr klein, aber wir können perfekt 45 Grad anzeichnen. Wir können sowohl außen als auch innen ziemlich perfekt 90 Grad anzeichnen. Das heißt, wir können schon feststellen, dass der Unterschied hier eigentlich im Prinzip ein bisschen nur der Preis ist. Der hier ist ja ein ganzes Stück teurer als der hier und hat natürlich nicht diese 45 Grad Funktion. Also ich bin ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich die jetzt regelmäßig oft nutzen würde. Aber ich meine, wenn man mal was gucken will, warum nicht? Alter, es ist krass. Also bevor wir jetzt, wir testen jetzt erstmal das und dann gucken wir uns den Rest an. Weil ein paar Kleinigkeiten habe ich jetzt beim Sehen schon gesehen. Wir gucken jetzt erstmal, ob der Speedmarker passt. Dafür drehen wir das Brett aber einmal um. Ein solches Werkzeug ist ganz, ganz toll. Habt ihr bei mir vielleicht früher schon mal gesehen. Denn wir haben die Möglichkeit, ganz einfach parallele Linien anzuzeichnen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt hier in dieser Fläche einen Ausschnitt machen wollen oder auch Schlitz und Zapfen anzeichnen wollen, dann ist dieses Werkzeug dafür sehr, sehr einfach, weil wir zum Beispiel einfach sagen können, alles klar, hier fängt mein Schlitz an und er geht bis hier. Das heißt, wir können das wirklich sehr, sehr einfach anzeichnen. Wir können das jetzt theoretisch von der anderen Seite genauso machen. und dann haben wir im besten Fall Ups, das war jetzt ein bisschen weit. Im besten Fall eine sehr präzise Fläche, die wir dann hier ausarbeiten können. Was dabei natürlich extrem wichtig ist, dass diese beiden Linien auch wirklich parallel sind. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie parallel diese beiden Linien zueinander sind und auch damit, wie viel Spiel das Werkzeug hat. und auch das ist... Man hört gar nichts. Michael, wie geht das? Es hat null Spiel. Insofern bin ich recht zuversichtlich, dass, wenn wir jetzt messen, ob diese beiden Linien und auch diese beiden hier parallel sind, wir da ein gutes Ergebnis haben werden. 48 und ebenfalls genau 48. Oh Mann. Und zweimal... Hier nicht, aber... hoppala, da bellt glatt der Hund. Ich kann auch sagen, warum. Ich habe diese MDF-Kante nicht abgeschnitten. Es ist natürlich wichtig, das Messutensil, oder das, womit man überprüfen will, vorher zu testen. Also, wenn wir so eine Kante wie hier beim MDF nicht abschneiden, dann ist die meistens sehr fusselig. Insofern, ja. Das sollte man natürlich vorher testen, weil sonst kann man es natürlich auch nicht richtig machen. Wir machen das jetzt einfach nochmal so, dass wir jetzt hier ein paar Linien in völlig frei gewählten Abständen ziehen und dann noch einmal drüber messen. Aber wie gesagt, das Ding hat überhaupt kein Spiel. Insofern bin ich auch da ja, nicht nur positiv überrascht, sondern im Prinzip auch begeistert. Aber jetzt gucken wir nochmal. Das sind, uups, 17. Und das auch. Das sind 19,75. Und das auch. Mann, oh. Also, zuallererst mal, für alle, die sich fragen, kann man das benutzen. Alter, auf jeden. Es sind sehr gute Werkzeuge. Der Winkel passt perfekt. Der Speedmarker macht genau das, was er machen soll. Theoretisch gesehen sehe ich gerade, hat der hier auch noch 45 Grad. Ich weiß es nicht. Also, wir gucken jetzt aber zuallererst mal das an, was mir auffällt. Und das ist ein bisschen die Druckqualität hier der Zahlen. Also, wir sind zum Beispiel bei der 40. Da fehlt ein bisschen was bei der 20 auch. Bei der 140 auch. Bei der 150 auch. Und auch bei der Skala an sich sehen wir, dass es da minimale Mess- beziehungsweise, ja, Strichungenauigkeiten gibt. Wenn wir das jetzt neben diesen Winkel hier halten, dann ist hier die Qualität, der ist natürlich schon ziemlich abgedunkelt im Vergleich zu dem über die Jahre, dann ist die Linienqualität etwas besser. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, dass das hier ein Woodpeckers-Winkel ist. Also, von einer sehr großen Firma. Und dieser Winkel ist von Michael Truppe, der gefühlt einfach, weiß ich nicht, ein Freund von mir ist, sondern in Bayern wohnt. Und das ist einfach krass. Das heißt, im Prinzip vergleicht man hier Äpfel mit Birnen, stellt aber fest, dass bis auf so Kleinigkeiten wie Druckqualität, das im Prinzip die gleiche Präzision hat. Und das finde ich, ja, überraschend. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also für diese Linien habe ich, oder für die Skala hier, habe ich in der Regel gar keine Verwendung. Also, ich habe noch nie bei diesem Winkel mit diesen Zahlen hier angezeichnet. Dafür würde ich in der Regel immer eher so ein Werkzeug nehmen. Das ist der kleine Sterret-Winkel. Und eine kleine Info noch am Rande. Dieser Sterret-Winkel und dieser Winkel von Michael kosten in etwa gleich viel. Das heißt, das ist eine Preisrange und das können wir vergleichen. Und das Interessante ist, den hier würde ich nicht nochmal kaufen. Und der Grund ist relativ einfach. Keine dieser Kanten hier ist in irgendeiner Art und Weise gebrochen. Die sind so scharf, dass man sich schneiden kann. Und zwar alle. Das hat natürlich auch einen Vorteil, man hat eine gerade Kante, aber es ist zum Arbeiten, nutze ich den wirklich sehr ungern. Einfach weil, ja, es sich nicht gut anfasst. Es ist im Prinzip so, als würde ich dieses Messer immer hier vorne anfassen. Und das finde ich sehr blöd. Das ist bei diesem Winkel überhaupt nicht so. Hier gibt es keine scharfen Kanten. Die Kanten sind klar, aber es fühlt sich trotzdem sehr, sehr gut an und ich kann das Ding benutzen, wie ich will, ohne dass ich Angst habe, dass ich mich schneide. Und wenn ich die beiden also vergleiche, dann würde ich diesen hier einfach direkt mal aussortieren. Der hat zwar eine Funktion, die dieser Winkel nicht hat, ich kann das hier verstellen, aber wie gesagt, von der Verarbeitung her gefällt mir dieser Sterret-Winkel überhaupt gar nicht. Und das ist ein bisschen krass, weil auch das ist eine große Firma, der hier gefällt mir dafür sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man jetzt den Speedmarker hier anguckt, dann sieht man, dass die Druckqualität hier tatsächlich besser ist, als bei dem Winkel. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Es kann sein, dass das vielleicht einer der ersten Drucke war, dass zwischen den beiden Teilen noch Veränderungen stark gefunden haben. Ich weiß es einfach nicht. Das müsste man Michael fragen. Das, was ich nur sagen will, ist, die Druckqualität hier auf diesem Werkzeug ist hervorragend. Es gibt auch hier, wenn man jetzt voll kleinlich sein will, minimale Probleme hier in der Oberfläche. Und das ist wahrscheinlich ein gewisser Unterschied. Eloxieren ist wie jede Technik natürlich in verschiedenen Qualitätsstufen möglich. Und wahrscheinlich ist es in diesem Woodpeckers-Winkel einfach noch etwas hochwertiger. Das fühlt man ein bisschen auch, weil sich die Oberfläche anders anfühlt. Er kostet aber auch mindestens 20 Euro mehr. Insofern wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Was wir also sehen, das ist super gut lesbar. Und gerade hier bei dem, das finde ich deswegen auch ganz gut, gerade hier bei dem, wie heißt das, Speedmarker, da ist die Druckqualität, finde ich, deutlich wichtiger. Und da ist sie auch besser. Und das finde ich gut, weil wie gesagt, hier würde ich im Leben nicht 6 cm anzeichnen. Mit dem Speedmarker aber auf jeden Fall. Das ist ja genau das, was wir damit machen wollen. Distanzen festlegen und präzise anzeichnen. Deswegen haben wir hier auch noch diese Mikroskala, um ganz feine Einstellungen zu machen. Es ist top. Das ist das, was ich sagen möchte. Ich bin ganz ehrlich, damit habe ich also in diesem Ausmaß nicht gerechnet. Ich kenne Michael und ich weiß, wie er arbeitet. und ich weiß, das wissen viele von euch vielleicht auch, dass er einen sehr, sehr hohen Anspruch hat. Und das schätze ich auch so an ihm. Trotzdem hätte ich einfach nicht gedacht, dass, ich meine das nicht abwertend, eine normale Person mit so einem Produkt, ja, das einfach macht. Und das finde ich krass und ich bin ganz, ganz ehrlich, das bin ich eigentlich nie. Aber ich bin neidisch. ich bin wirklich ein bisschen neidisch, weil ich mir gar nicht vorstellen, oder ich kann es mir nur vorstellen, wie cool es sein muss, wenn man immer wieder jahrelang mit Werkzeug arbeitet und irgendwann ein Werkzeug in der Hand hat, wo sein eigener Name draufsteht. Vielleicht ist das auch überhaupt nicht viel wert, aber ich stelle mir das so vor. Und dieses Werkzeug, wo mein Name draufsteht, ist dann auch noch saugeil. Also, ja, Jonas Winkler ist mal neidisch. Ich glaube, das kann man laut sagen. Wie gesagt, es überrascht mich, es überrascht mich, aber es überrascht mich auch nicht, weil Michael, wie gesagt, einen sehr hohen Anspruch an sich selbst, an seine Arbeit hat. Insofern, klar, und wenn man seinen eigenen Namen irgendwo draufschreibt, dann sollte es auch irgendwie gut sein. Und jetzt, sagst du alles neu, gekauft bist. Hat dich gekauft? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Es ging darum, die Frage zu beantworten, die mir jemand geschickt hat. Und ich glaube, dass sich viele die Frage stellen und ich glaube, dass es wichtig ist, auch sowas mal laut auszusprechen. Für alle, die sich auf dieser Welt fragen, ich möchte selbstständig sein. Sowas. Macht sowas. Warum nicht? Wir sehen, dass, Michael hat die jetzt ja nicht selber, er wird sie ja nicht in seiner eigenen Werkstatt zusammengeschraubt haben, aber wir sehen, man muss nicht Woodpeckers oder Bridge City Tools sein, um ein gutes Werkzeug herzustellen und zu verkaufen. Man kann auch Michael Truppe heißen und das ist im Prinzip sehr, sehr, ja, motivierend und ist im Prinzip auch genau das, wofür unsere Heimwerker-Community steht. Selber etwas aufbauen in einem Bereich, der erstmal völlig unzugänglich erscheint. Und meine ganz klare Aussage ist, Glückwunsch! Wenn du das nächste Mal hier bist, werde ich dich die ganze Zeit ausfragen, wie du das gemacht hast. Du hast es aber gut gemacht. Also jeder, der sich überlegt, das zu kaufen, von mir aus, macht das auf jeden Fall. Es ist günstiger, es ist gut, es gibt nichts zu meckern. Außer an dir, Sterrit! Ich würde dich gerne wegwerfen, aber du hast zu scharfe Kanten. Zieht euch das rein. Wow! Ich kann damit Pappe schneiden und es da reinstecken. Also, ihr habt was gelernt. Ich bin begeistert, neidisch und glücklich zugleich, denn, oh, die Werkzeuge überhalte ich jetzt, ne? Hey, danke Michael! Ciao!